Gestern habe ich umgenettelt. Get Operation. Ja, ich muss in den Operationsraum gehen hier. Ah, du musst da reinklettern irgendwie. Okay, so I know where you are. Oh, da muss ich einen scheiße zweiten Eingang finden, oder was? Ich wollte eigentlich das Inventar angucken, damit wir hier wieder Waffen mitnehmen dürfen. Polisbetten. Okay. Hier geht es noch hoch. Das ist schon anders gemacht hier. Ach so, hallo. Ein Polizeischlagstock, ne? Okay. So bist du noch mal ein weit entfernt. Oder hast du schon mit den Kameraden da geredet? Ja, 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 ja. Ah, du hast die Szene schon gesehen, wo der mit dem Hubschrauber abgehauen ist? Jupp. Okay. Das habe ich auf jeden Fall schon gesehen. Ist ein Alternativweg finden, da rein in die Bude und dann die Leute auch noch umnieten. Hallo, Herr Werte, Kollege. Hallo, Herr Werte, Kollege. Hallo, Herr Werte. Hä? Oh, hallo, Käpt'n hier. Käpt'n Blaubeert. Oh, shit, 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 shit. So, andere Waffe, die ist dann nicht damaged. So, Level Up. Danke sehr. Oh, mein Gott, Käpt'n, was hast du denn? Käpt'n, 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 wir haben ein Problem. Mal kurz, ich hau' den mal mit dem Fuß. Das macht ja fast keinen Damage, habe ich so das Gefühl. Nö. Oh. Der ist Level 15, ist aber irgendwie Imba mit dem Health. Okay. Bin ich nur, oder ist das wirklich so? Patrick, kannst du da... Was? Der ist irgendwie Imba, was das Leben angeht, dieser Käpt'n. Okay, ich habe einfach auf der Luke oben gechillt und warte, bis ich ihm Headshot geben kann. Ja gut, ich schlage mit dem Schlagstock auf ihn ein. So. So, jetzt können die reinkommen. Jetzt haben wir Kapitel 1 abgeschlossen. Okay, er completed, blablabla. So, äh, friends only confirmed. Also, bei mir steht Player 1 von 4. Bei mir auch. Ah, warte mal. So, ich habe jetzt die Cutscene übersprungen. Ich auch. Und jetzt Game Lobby. Jetzt kann ich machen. Jetzt auch. Searching for friends. Refreshing games. Was mit dem, mit dem, mit dem selben Charakter? Ah, hier. Join, ich kann dir joinen. Yes. Ich join jetzt. Nice. Was habe ich für eine scheiß Waffe hier? Hallo. Du auch? Na du? Ja, hallo. Hast du auch keinen Bock mehr auf Grillen und Fleisch, äh, Fleisch schneiden? Du, ähm, was haben wir denn für Waffen hier überhaupt? Ein Barbecue-Messer. Wayne. Ist hier Friendly Fire? Nein. Ähm. Okay, ist aus. Haben wir hier? Oh, wir können die looten. Übrigens, ich will die Webcam mal links anschmeißen, ne? Weil rechts haben wir die Minimap. Ah, ja, ist, ist egal. Ah, links unten, meinst du? Warte. Ja, übrigens, ähm, kann man, kann man, kann man da zum, zum Captain, Captain, zu diesem Schiff? Ich glaube nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir sind jetzt hier. It's dangerous here. Ich habe irgendwie so ein Level-Up-Zeichen. Personal Statistics. Nein. E. Skills. Ah, Skills. Gleich mal als erstes Skills hoch. Ah, es gibt's ja alles. Fury Combat Survival. Ich würde Survival mal nehmen. Medikids, 15% besser. Ah, das Grüne haben wir schon. Ja, na, doch. Hä? Wirklich? Ja, doch, guck mal an. Group Fitness. Haben wir das schon? Ach so, weil wir natürlich schon vorgeskillt sind, ne? Ja. Also, wohin geht's? Die Map? Ah, Destination. Äh, Vampire. Ich habe Wegpunkt gesetzt. Hm. Barbecue Blade. Till? Ich nehme mal Cash. Ich habe, ich habe gerade gedacht, ich habe keinen Bock auf dieses Spiel, ne? Guck. Ich gehe zurück aufs Boot und paddle mich, äh, weg von hier. Ist gut? Ja, machste. Alter, diese Waffe sieht einfach schon mächtig aus. Okay, woher müssen wir? Da. Da. Da lang. Ah, okay, da hinten. Okay, okay, ja gut. Minimap und so willst du ja zeigen. Warte mal, hier ist... Ich weiß, hier ist ein Messer, oder? Ja. Da war ein Messer. Wenn wir das durch haben, dann geht's, äh, zum zweiten Teil, ne? Würde ich mal behaupten. Sieht vielleicht ein bisschen besser aus. Ist ja auch schon seit sieben, acht Jahre her, ne? Ja, sieben Jahre ist es her. Paradise. Komm, wir gehen. Wo müssen wir eigentlich lang? Ja, zu der roten Flagge. Aha, immer zur roten Flagge, wow. Junge. Spass mit Flaggen. Hatte jemand zu viel gesoffen? Ich bin am... Ich mach meine Morgenroutine. Ich mach ein bisschen Jogging mit dem Barbecue-Messer. Wie man das halt so macht, ne? Als Jungunternehmer, ne? Du hast, äh... Oh, du hast Kollegen, aber... Ja, das passiert, wenn man, wenn man halt durch eine Insel joggt mit einem Barbecue-Messer, dass dann so komische Gestalten kommen. Auf jeden Fall, aber... Ist es da total reingekackt, ne? So, komm mal her, du Ranzenfett. Oder Pflanzenfett? Ich trete die einfach. Ich muss ein bisschen Beine trainieren. Na gut, das geht auch. Guck mal, wie gut das geht. Guck. Beine trainieren. Jupp. Warte, Ball. Oh, wir haben da... Oh, wir haben da... Ich mach dir einen Pass, Till. Ich pass dir mal so ein. Komm. Ja, kannst du den... Kannst du den mitnehmen, Kollegen? Guck. Hier. Spielen wir ein bisschen Fußball, komm. Apropos. Was ist denn das Zeichen? Oh, wir müssen... Wir müssen wirklich jemanden verteidigen. Seh ich gerade hier. Nein, das ist der Boss. Ne, 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 ne. Will ich jemanden helfen hier? Digga, warum haut der mich? So, haben wir's? Der steht noch. Ah, hinter uns. Alter, warum... Warum tötest du mich? Was, ich dich? Ah, wir müssen hier Leute helfen. Meine Fresse, ey. Ja, die können eigentlich überleben, ne. Die haben kein so lecker Schmecker Schwert wie wir. Weißt du, wir müssen ihnen helfen, aber dann verteilen sie die richtige fetten Arschtritte, sobald du sie... Ja. Mh, schmeckt's dir, Volker? Mh, ja, ähm, schmeckt dir richtig gut, ne? Okay, ähm, Volker, brauchst du ein Barbecue-Messer? Okay, du kriegst das auch ohne Barbecue-Messer hin. Das sieht so interessant aus, Till, wie der das isst. Da hinten aber noch einen. Willst du dich, äh, noch dazugesellen? Äh, ich muss ihn nicht mehr umbringen. Ah, der ist unter uns. Oh. Willst du dich dazugesellen, wie das aussieht? Das ist, äh, mega spannend. Egal, die machen, die knutschen, glaub ich, rum. Ich will diese Romanze nicht stören, weißt du? Ach so, ja gut, dann, äh, einfach mal außen vor lassen. Alter, wie die rumschlecken, ne? Ey, wenn ihr wollt, ich kann euch ein Hotelzimmer besorgen, ne? Musste. Also, ein Dreier, äh, da hab ich, äh, ich bin gerade bedient, guck mal. Wie die rummachen, das ist, ähm. Oh man, du störst auch wirklich jede Barbecue-Party, ne? Junge. Ich, weißt du was? Ich paddle zurück, ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ne? Okay. Tschüss. Oh. Disable stamina costs for yourself and your allies during group fury effect. Group fury was an effect. Wann ist denn denn fury aktiv? Trade Zoe. Oh, ich kann mit der handeln. Alter, die hat, ey, was habt ihr für Wucherpreise? Du, wir haben auch Wucher Kohle, ne? Ich hab mal ein Medi-Pick für, äh, Medi-Pick gekauft. Das hier, sell. Yes. Oh, ne Werkbank. Ne, Munition. Aber ich bin Level Up. Hast du da, ich hab jetzt da jemand angequatscht. Unser, äh, Kollege. Okay. Oh, wir haben eine Quest bekommen. Was? Oh, wir haben eine Quest bekommen. Oh, wir haben eine Quest bekommen. Was? Wir kriegen dafür eine Nagelpistole. Oh, wow. Wollte ich schon immer haben. Drei von fünf Totenköpfe. Ist, äh, wollen wir die annehmen? Drei von fünf Totenköpfe? Ich geh mal zur Workbench zuerst hin. Komm, ne, wir, wir nehmen die. Ich will zuerst mein Barbecue-Messer wieder fit kriegen. Hast du da jetzt, äh, auf den Mi-Map auch ein paar? Ja, ein paar Punkte. Ich geh zuerst zu meiner Workbench. Ah, man muss die, man muss die, man muss die. Okay, okay, alles klar. Man muss jetzt die bisschen verteilen, ja. Repair, okay. Flimsy Home Night Repair. Was kann, kann ich upgraden? Ja, kann ich upgraden. Okay. Upgraden. Ja. Upgraden. Ja. Ja. Create. Barbecue-Mod. Dann nochmal ein Barbecue-Messer machen. Okay. Gut. Ah, okay. Hier, dann ist da, da ran. Ich mach jetzt eigentlich, äh, die Eingänge zu mit Gitter. Ne? Immer so. Hä? Ah, Fens. Ach so, wir machen jetzt Onlyfans. Okay. Mhm. Wir sind, wir sind schon, wir sind, wir sind wirklich Quereinsteiger, ne? Vom, vom jungen Unternehmer, der während dem Joggen ein paar Zombies mit dem Barbecue-Messer auf die Fresse haut, als, äh, Morgenroutine hin zu Onlyfans-Montierer. Ja. Ey Junge, wir können, wir können upgraden hier, ne? Was willst du upgraden? Unsere Weapons. Ja, das hab ich gemacht. Challenge, Progress, äh, Sociality, was auch immer das bedeutet. Und wir können auch, äh, Messe herstellen, ne? Prepare to defend the camp. Back to reality. Back to reality. Back to life. So, ich hab jetzt keine mehr hier. Äh.